Hallo zusammen. Ja, es bröckelt und bröselt. Bei unseren Nachbarn in Österreich schon ganz gewaltig. Dort musste nun nach langem Hickhack der erste Minister zurücktreten. Bundeskanzler Kurz ist schon länger unter Druck. Auch dort gibt es wie hierzulande sehr viele Korruptionsvorwürfe und Missmanagementvorwürfe. Nicht nur in der Corona-Pandemie. Der über die sogenannte Ibiza-Affäre gestolperte und geschaste Christian Strache scheint langsam Aufwind zu bekommen. Und es kommen Details heraus, dass er vielleicht nicht der Alleinschuldige und nicht der Hauptschuldige ist. Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, gerät auch unter Druck, weil der ehemalige Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ, den Freiheitlichen in Österreich, ja, ständig gute Kommentare bringt und ihn immer wieder, ja, vor sich hertreibt, würden vielleicht die Politiker der AfD sagen. Nun aber zum Hauptthema Europa und Viktor Orban und sein Verhältnis zu Angela Merkel. Dieses Gentlemanlike-Gehabe könnte eventuell eine sehr gute schauspielerische Leistung sein, denn wie wir alle wissen, hat Viktor Orban zu Angela Merkel oder besser gesagt zu deren Politik ja eine sehr differenzierte Haltung. Er geht ja öfter mal den Weg, dass er sein Veto einlegt und einige Entscheidungen der EU nicht mitträgt. Und so hat nun Angela Merkel, er offiziell halt Deutschland vorgeschlagen oder führt ins Feld, dass bei außenpolitischen Entscheidungen das Vetorecht der Mitgliedstaaten entfallen soll. Unser Fazit, Frau Merkel, Sie sollten eventuell darüber nachdenken, dass Deutschland nicht der Mittelpunkt der Welt ist und somit Sie auch nicht und dass alle Mitgliedstaaten wohl gleiche Rechte haben sollten. Sonst könnte der Brexit nicht der letzte Exit gewesen sein. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt aufrecht, weiterhin gilt, nur wer sich Angst machen lässt, muss Angst haben. Wir schaffen das. Es bröckelt, es bröselt, es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.